Ja, weil ich nie bei Steam gekauft habe, Spiele. Ach so. Da hab ich die immer überhandlos. Schlimm, schlimm, schlimm. So, was haben wir denn hier für Autostar? Ich mach mal, wo ist der Rebel, warum? Alter, was hast du denn da Schönes eingekauft? Ernsthaft, den Stapler vorne dran? Moment, ich muss den jetzt mal von der chesischen Armee ausprobieren. Irgendwo häng ich dran. Ah, hab ich nicht reingekauft. Moment, Front Bucket. Kein Problem. Front Lifter. Platz. Wagenanhänger. Das ist ja geil, Alter. Haha. Hahaha. Ich wusste, dass die tschechen ne Macker haben, aber das ist echt übel. Alter, hör auf damit. Hahaha. Eck, schieb die ja weg. Soll ich bei mir irgendwas hinten drauf machen? Hm. Äh, ich wollt ihm eigentlich nur zeigen, hier gibt's so zwei neuen Fronten. Also da gibt's einmal den Schneeschieber, dann kannst du den Matsch, dann kannst du Steine wegschieben. Wir machen das immer bloß, um, äh, Spaß zu haben eigentlich. Du kannst Steine wegschieben und du kannst damit auch so Matsch wegschieben, echt ganze Bahnen machen. Und wie senkt er den ab? Ja, du musst, äh, auf Fortgeschritten gehen, dann Front Level, die drei drücken und dann kannst du hoch und runter fahren. Und fahren. Und mit, äh, Q und E fährst du hoch und runter. Genau. Und der Washi-Tier hat schon das Richtige gefunden, dass ich das andere kann. Nämlich auch geil. Hahaha. Das wird geil. Hahaha. Da muss man nämlich erst den X anmachen. Rest. Und run. Hahaha. Das wird den Amerikaner, hab ich auch gefunden. Bei Steve Wilkshopper. Mit diesen amerikanischen großen. Ja, aber der hat, der hat richtig krassen langen Anhänger, den musst du dir mal angucken. Den haben wir das letzte Mal nicht gesehen. Oah, Alter. Bist du auch mit dem Scheiß? Aber der klappt die... Wir wussten alles Wir haben eigentlich schon jede Map gespielt Wie gesagt, wir gehen hier öfters mal rein, um gerade so Fahrzeugmods ein bisschen zu machen Ein bisschen Spaß zu haben Greifend ist hier eigentlich, aber ich kann nicht anhängen an die Schaufe Wer ist der jetzt? Wer ist du, Betz? Was denn? Ja, ich hab dich Wie du siehst, wo die Winde dran ist Okay, na dann ziehen wir los Passiert ja nix, ne? Ich fährt hier runter Ja, warte, 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 ich will was ausprobieren Halt, ich muss jetzt mal kurz meine Schauflug nehmen, sonst würde das nichts Äh, da Wind ist noch dran, ja? Ja Ich hab ein paar Füße ausgeklappt, was soll schon passieren? Öhehe punish öhöööööööch Hahahaha 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 Aber den kann man nicht aufmachen Das sah jetzt sehr gut aus Hahahaha Ich muss doch mal probieren ein bisschen Track wegzuschieben oder? Ja, ja, also Doch, doch, das geht gut Du musst mal richtig schlammen oder ins Wasser reinfahren Das geht auch ganz gut Also er schiebt schon bisschen was weg Trotz was Steine betrifft und so, wenn jetzt einfach mal nach drüben, oder? So, mit angezogener Handbremse vorne ist blöd. Alter! Ist einer schwer in dem Weg. Wir haben den Matsch echt sowas von überarbeitet jetzt mit dem neuen Patch, der ist ja einfach eingesunken. Als ich stehen geblieben bin, zieht der dann einfach ein. Du musst überdenken. So, leh. Wiegen meinst du das Vorderteil? Ah. Alte Schwede, drückte den weit rein. So, gucken wir mal, was er macht, wenn ich jetzt losfahre. Ja. Aber bei den Bodenwellen hebt die Schaufel wieder an, das ist nicht so schön. Ja, perfekt ist es noch nicht. Ja, das könnte besser. Oh! Jetzt haben wir die Schaufel erstmal eingetaucht. Das ist kein Problem, ich räum die aus dem Weg. Ne, tu doch nicht. Alter, das ist ja wie eine Mauer, wenn du dagegen fährst. Der Wagen? Mhm. Also das Tschechen-Ungetüm ist bissl komisch. Hast du die Handbremse angezogen, Waschi? Ups. Ich sag ja, mit angezogener Handbremse fährt sich nicht so gut. Ich hab mir schon eine Corona-Weg-Schwingen. Ja doch, so drei, vier Steinchen kann man schon vor sich her schieben, das geht schon. Ich werde gerade angebummst. Soll ich nochmal wegfahren für einen Moment, oder? Ja. Ne, ne, ist alles in Ordnung. Mit Scharfe, oder? Beim ist ja auch so schön. Ja. Wird Zeit, dass wir wieder was anderes einführen hier. So Buddelschreck und so'n Spaß. So, nehmen wir den hier. Oh, stimmt, den hab ich ja in die Garage reingehämmert. Du kannst die Steine ja echt hier gut wegräumen und Buddeln. So, was haben wir denn? Traktor anbauen. Short Locks Trailer? Ne, das brauchen wir nicht. Ach, das ist das Teil. Was ist das Teil? Was ist das Teil? Und das ist... Oh, das ist ja cool. Rest. Support Left. Support Left. Achso, die 5. Support Right. Den Support, den kannst du, du musst erstmal... Ja, 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 ja. Hab ich mitgekriegt. Ja, hab ich mitgekriegt. Ja, hab ich mitgekriegt. Hast du mit dem Schieber, bist du da mal durch den Wald gefahren, hast die Bäume weggeschoben und die Gräser und alles? Ne, noch nicht. Geht das? Ja. Ja. Das ist cool. Doch krass. Du musst die mittleren Bäume kannst einfach drüber fahren. Okay. Okay. Nicht verfügbar. Wieso ist das nicht verfügbar? Was muss ich denn dazu dran bauen, dass das geht? Was denn? Ich kann die Sache nicht. Ich kann die Sache nicht. Was denn? Das hat's gerade abbauen. Jetzt. Traktor anbauen. Geht auch nicht. Ich kann's nicht anbauen. Wieso kann ich's nicht anbauen? Sattel gucken. Du musst vorne erstmal das Ding dran haben. Ach, den... Ah, okay. Jetzt macht er... Ja, okay. So, und jetzt kann ich den Support Left und den Support Right anbauen. Okay. Garage Card kann ich noch mitnehmen. Ausfragen... Ersatzrad passt auch noch hin, das ist gut. Frontauspuff bauen wir nicht. Gucken wir uns den guten mal an. Läuft! Gucken wir mal irgendwo im Bäumchen liegen? Ach nein. Warte mal. Nein, die kriegst du nicht aufgehoben. Hab ich auch schon probiert. Achso. Also wahrscheinlich nur für... Für das andere Gedöns dann. Ah ja, okay. Das machst du aber fein. Ja, das ist gar nicht mal so... ...schlecht. Macht Spass. Mal schauen, wie weit ich den Ausleger rausziehen kann. Dass er kippt. Ne, der kippt nicht. Schade. Das war's dann auch schon wieder. Dann absenken. Ah ja, okay. Nächstens mal probieren mit dem Baumstamm. Wie mache ich jetzt die Zange off bei dem? K&L wieder oder so? Ja, ne. Z und U glaube ich. Z und U? Ne, passiert nix. Hast du auch angewählt, dass du den aufmachst? Du musst den Crane anwählen. Vollgeschnittenen Modus. Der ist separat. Oben ist der Kran, unten ist der Greifer. Ach so. Ach, jetzt so. Frag doch einfach. Hm. Ich hab jetzt den Crane. Hab ich angewählt. Aber der geht nix. Keine Ahnung. Warte mal. Ja, der braucht doch einfach... Ah! Mit R und... Also mit R machst du off. Und mit T machst du wieder zu dann. Ja, ja. Das ist doch auch eine Linie. Also jetzt Z und U. Ja, ja, ja. Ja, ja. Z und U. Ja, ja. Ist schon klar. Hallo. Ach so, das musst du dann extra anwählen. Da haben sie noch keinen Tasten. Kommt wieder dafür. Okay. So. 4 und 5. Nennennennennennennenn. Aber ansonsten ist der LKW so wie immer, ne? Ja. Also keine... Oh, bin ich mit dem Kran hängen geblieben. Neiin! Ich bin ernsthaft mit dem scheiß Kran-Ausleger im Baum hängen geblieben Ja, das ist passiert Das ist voll scheiße Ja, lustige Sache Ich hab gesehen, du warst vorhin im Armor drin Ja, weil ich Grafikoptimierungen gemacht hab Ist dein neuer Grafiker heute eingebaut oder was? Ja Ja, und? Oh ja, also Ich hab mir doch bei einigen Spielen geraten, ich soll doch die Auflösung 2000 irgendwas mal sonst was nehmen Ah, okay Da hab ich ihm gesagt, nein, der Monitor kann nur H-Pull-AD, dann nehme ich auch nur H-Pull-AD Also ich muss schon sagen, die ist sau leise Ja Ja Dann läuft's noch Mhm So, wo ist jetzt der Tucho schon wieder hin? Der haut jedes Mal ab, was? Der ist am Spot, ich bin hier am Arbeiten Am Arbeiten, genau Am Arbeiten, wo steht der schon wieder rum? Der hat sich schon wieder verpieselt, der faule Sack Was? Der ist schon wieder zum Bier saufen gegangen oder so Was? Von wegen Arbeiten Saufen ist er Guck, guck wie er im LKW sitzt und säuft Ja, hab ich's mir doch gedacht und ein LKW versenkt So, wie macht das der richtige Baggerfahrer? Ne, ne 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 hehehe erst einmal das Opfer wählen nein, 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 ich lass dich doch nicht hochducken Fäck gesessen Kann ich sein So, Handbremse drinnen, viel Spass Ja Jetzt häng ich vorne wieder fest, Mann, wegen dir So So, Freund Blasen, jetzt komm doch mal her Warte mal kurz rüber Geht's Okay, warte Das muss ich jetzt testen Aaaaah Hahahaha Das ist doch mein Freund Hahahaha Ich zieh dich jetzt diesen Hang hier runter Hahahaha Alter, sah das geil aus Hahahaha Ah, schön Dann zieh mal los, geht bloß nix, ne Oh, jetzt, es bewegt sich was Oh, jetzt, es bewegt sich was Vor vorwärts, genau Zieh, zieh, zieh Zieh, zieh, zieh Geht wieder gar nix, ne Aaaaah Weil er was kann, weil er nix kann Weil er was kann, weil er nix kann Ich starte mit dem Motor Ach ne, geht nicht, ich lieg hier Kann das sein, dass es dir da unten grad ein Ast ziehst du? Jaaa Da bewegt sich gar nix Ähm, was hier häng mich mal an vorne, bitte Jaaa Bei dir jetzt? Jaja, bei mir Ah, du kannst jetzt mit dem Teil auch im fünften Gang einen steilen Hang hochfahren Und er fährt einfach weiter Und jetzt? Das haben sie auch geändert in dem Pest Zieh an, Waschi Zieh, 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 bis er steht, bis er steht Zieh, zieh, zieh 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 Hallo, es ist vor 22 Uhr vielleicht Irgendwie Irgendwie Nee Äh, okay Äh, nee Also Ja, doch, nee Äh, falsche Seite Aber fast richtig Ja, das ist aber dir Das kannst du gar keinem erzählen, was hier grad los ist Oh mei Wir nennen es Spaß mit LKWs So, jetzt ist er ganz im Arsch, jetzt muss ich zur Werkstatt Toll Ich lass ihn jetzt hier liegen Soll jemand anders den Schrott wegräumen Guck mal, siehst du mich hier hinten? Ja, ja, ich seh dich da hinten Guck mal, wenn ich jetzt vorwärts fahre einfach Ha, der geht jetzt nicht oder was? Ha, ha Ich krieg dich ja nicht weg Nee, das passt ja Ich werde ihn dann in die Werkstatt reinschubsen oder so Oder einfach die Winde lösen und liegen lassen Der ist kaputt Der ist kaputt Habt ihr jetzt kaputt gemacht? Toll Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Wie war das, wenn es vor zwei Schuhe ist? Ja komm, 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 steig auf, steig auf! Ja, 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 ja! So, jetzt hab ich auch ein Problem. Das hast du davon, wenn du dich mit dem falschen anlegst. Und Rohverschicke. Danke! Ja, super, super! Jetzt sind wir gleich. Jetzt bin ich auch draußen. Oh, scheiße! Der kommt doch jetzt nicht mehr wieder. Macht's gut! Servus Waschi, geh mal Holz holen! Genau, Waschi, du hast gewonnen! Du darfst jetzt arbeiten heute! 1 zu 0 für Waschi!